Kapitel 40 Wer seid ihr und was wollt ihr hier? fragte sie eine knurrende Stimme aus dem Tunnel. Ähm, Quinn räusperte sich, nicht sicher, wohin er schauen sollte. Da er niemanden sehen konnte, entschied er sich dazu, mit dem Gittertor zu sprechen. Ich bin Quinn, Magier der ersten drei Kreise, und das sind meine Freunde Thorwald und Marki. Er blickte sich zu den anderen um. Wir sind hier, um euch zu helfen, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Stille trat ein. Sie wechselten besorgte Blicke, unsicher, was sie als nächstes tun sollten. Alle Augen waren auf Quinn gerichtet. Doch noch bevor er seinen Worten Nachdruck verleihen konnte, begannen die Ketten des Tors zu rasseln, das sich unter lautem Ächzen hob. Aus dem Schatten des Tunnels trat ein Hühne von einem Mann hervor, neben dem selbst Thorwald nicht weiter aufgefallen wäre, dicht gefolgt von einem, Marki quiekte ängstlich, gerüsteten, schneeweißen Mammut, auf dem ein weiterer Mann ritt. Ein echtes Mammut. Quinn hatte davon in Büchern gelesen, aber immer geglaubt, es würde sich dabei um Ammenmärchen handeln, wie sie über Drachen erzählt wurden. Der Riese musterte sie finster. Unter der dicken, weißen Fellkleidung, seinen langen, blonden Haaren und seinem ebenso langen, zottigen Bart, der sein halbes Gesicht verbarg und in einem Zopf endete, war nicht mehr viel von ihm zu erkennen. Was sie hingegen sehr gut erkannten, war die schwere Doppelachst, die im Licht der Sonne gefährlich aufblitzte. Quinn schluckte. Ihr wollt uns also helfen! Sein dröhnendes Lachen ließ Quints Ohren klingen. Der Mann auf dem Mammut stimmte lauthals mit ein. Quinn hätte es nicht gewundert, wenn er mitsamt seinem Speer vom Mammut gekippt wäre, so sehr, wie es ihn unter seinem donnernden Gelächter schüttelte. Ein Magier der ersten drei Kreise, was? So eine Scheiße brauchen wir hier nicht. Wir haben unseren eigenen Magier, und der kann uns auch nicht retten. Wir nehmen die Dinge lieber selbst in die Hand. Er schlug den Griff seiner Axt gegen seinen Brustkorb. Das laute Klirren ließ ein Kettenhemd unter seiner Fellrückkleidung vermuten. Warum seid ihr denn so schwer bewaffnet? Seid ihr im Krieg? fragte Markier mit großen Augen. Wieder lachte er donnernd auf. Von wegen! Den einzigen Krieg, den wir führen, ist der gegen den beschissenen Bannzauber. Er spuckte aus. Uns hat noch nie jemand besiegt. Kein Lebewesen würde es wagen, gegen uns Krieg zu führen. Nicht mal die Orks. Der Wächter funkelte sie herausfordernd an. Quinn wusste, dass seine nächsten Worte entscheidend wären. Wir sind nicht hier, um gegen euch Krieg zu führen. Wir sind hier, um euch zu helfen. Er hob beschwichtigend die Hände, um den Eismann davon abzuhalten, ihm ins Wort zu fallen. Hört mir zu. Ich weiß, dass ich im Kampf keine große Hilfe für euch wäre. Ihr könnt gut für euch selbst sorgen. Aber dem Bannzauber wohnt eine Macht inne, die nur schwer zu begreifen ist, die nicht mit körperlicher Kraft bezwungen werden kann. Zwei Ungleichgewichte habe ich bereits besiegt. Drei weitere fehlen noch. Erst wenn alle Gleichgewichte wiederhergestellt sind, wird der Bannzauber gebrochen werden können. Und genau aus diesem Grund bin ich hier. Die beiden schauten ihn grimmig an. Quinn konnte sehen, wie es in ihren Köpfen arbeitete. Du, der Eismann deutete angriffslustig auf Thorwald, dich haben wir im Auge. Du siehst aus, als ob du Ärger machst. Wenn ich dich dabei erwische, dass du Scheiße baust, dann bringe ich dich eigenhändig um. Verstanden? Thorwalds Gesicht lief rot an. Die Ader an seinem Hals pulsierte wild. Ich gebe dir mein Wort, dass er keinen Ärger machen wird. Quinn hatte ihm besänftigend die Hand auf die Schulter gelegt. Beruhigt stellte er fest, dass Thorwald sich wieder ein wenig entspannte. Die Eismänner traten zur Seite und gaben den Weg in den Tunnel frei. Wir danken euch, dass ihr uns passieren lasst. Quinn gab den anderen ein Zeichen, ihm zu folgen. Als sie den Tunnel betraten, legte sich eine undurchdringliche Stille auf sie. Selbst das Geräusch ihrer Schritte wurde von den Wänden geschluckt. Quinn spürte die ungeheure Macht der Magie, die sie hier umgab. Obwohl sie sich einige Körperlängen unter der Oberfläche befanden, herrschte ein kühles Dämmerlicht vor, ähnlich dem türkisenen Schimmer der Eiswüste. Quinn blickte sich gebannt um. Im tiefblauen Eisinneren entdeckte er etwas Dunkles, das nicht so recht ins Bild passen wollte. Überrascht sog er die kalte Luft ein. Vor ihnen tat sich ein riesengroßes Schiffswrack auf. Schon bald war das gesamte Eis um sie herum einem Schiffsfriedhof gleich, von weiteren Wracks, zerborstenen Masten, zerrissenen Segeln, Fässern und Schätzen durchdrungen. Zwischen dem Durcheinander aus Holz und Eisen konnte Quinn vereinzelte, eingefrorene Fischschwärme erkennen. Es schauderte ihn, wenn er sich überlegte, wie dieses Schauspielwort zustande gekommen sein musste. Markies Schrei riss ihn aus seinen Gedanken. Verängstigt deutete sie auf ein blaues Frauengesicht, das ihnen gespenstisch durch das Eis entgegenlächelte. Keine Sorge, das ist nur eine Galleonsfigur, erklärte ihr Quinn. Eine Galleonsfigur? Das wusste ich selbstverständlich, Meister Quinn. Ich wollte nur nicht, dass du dich vor ihr erschreckst. Sie tätschelte ihm beruhigend die Hand. Quinn wusste nicht, wie lange sie gebraucht hatten, um das Eis zu durchqueren. Die Zeit schien hier ihren eigenen Gesetzen zu folgen. Erleichterung machte sich in ihm breit, als er das Ende des Tunnels sehen konnte. Auch die anderen wirkten froh, dem ewigen Eis entkommen zu können. Sobald sie den Tunnel hinter sich gelassen hatten, prasselte eine Flut an Geräuschen auf sie ein, die sie nach der durchdringenden Stille zu überwältigen drohte. Brüllen, Lachen, Tratschen, Fluchen, Röpsen, Klirren, Schlagen. Das ganze Dorf war noch auf den Beinen. Im Dämmerlicht der untergehenden Sonne warfen die vielen mit Eiswüstenmoos gedeckten Holzhäuser ihre langen Schatten. Umgeben von den hohen Dünen fühlte sich Quinn wie in einem Kessel aus Eis gefangen. Während Mark hier die großen Gestalten der blonden Eis Männer und Frauen eher ängstlich beäugte, schien Thorwald sich hier ganz wie zu Hause zu fühlen. Sie passierten die Werkstatt eines Schmiedes, der mithilfe einer Handvoll Gesellen eine übergroße Eisenschale im Feuer bearbeitete. Der Größe der Platte nach zu urteilen, konnte sie eigentlich nur für ein ausgewachsenes Mammut sein. Was war Quinn froh, dass sie sich bei Baldwin nie um die Rüstung eines Mammuts hatten kümmern müssen? Neben der Werkstatt hatte sich eine Traube an Menschen gebildet, in deren Mitte zwei Männer, nein, Quinn schaute noch einmal genauer hin, ein Mann und eine Frau ihre Stärke im Armdrücken auf einem großen Holzfass miteinander maßen. Die Zuschauer brüllten johlend auf, als die Frau die Hand des Mannes in die Flamme der Kerze drückte. Siegreich sprang sie auf und lehrte unter den Schreien der Menge ihren eimergroßen Humpen in einem Zug. Der anzügliche Blick einer leicht bekleideten Frau ließ Quints Gesicht heiß werden. Er war so mit dem Schauspiel um das Fass beschäftigt gewesen, dass er nicht gemerkt hatte, wie sie vor einem Freudenhaus gelandet waren. Rasch schaute er weg. Auf der gegenüberliegenden Seite war eine Taverne mit dem Namen »Zum eisigen Grab«, aus der grölender Gesang und laute Röpse auf die Straße hinaus drang. Ein Eismann torkelte im Arm einer Eisfrau heraus, die freudig aufkreischte, als er ihr einen ordentlichen Klaps auf den Hintern verpasste. Quinn fragte einen halbwegs nüchtern wirkenden Mann nach einer Herberge. Er deutete auf ein flaches Gebäude nicht weit von ihnen entfernt, bevor er sich taumelnd an einer Hauswand niedersinken ließ und lauthals zu schnarchen begann. An besagtem Haus angekommen, öffnete Quinn unter geräuschvollem Knarren die Tür in einen kleinen Raum. Unsicher traten sie ein. Durch die winzigen, gelbverglasten Fenster drang zwar nicht viel Licht von außen herein, aber dafür die Kälte. Die Flammen der wenigen Öllampen an den Wänden tanzten im Zug des Windes. Ein riesenhafter Mann mit kahlem Kopf und blondem Schnauzer trat durch die einzig weitere Tür zu ihnen hinein. Der Holzboden ächzte unter seinen schlurfenden Schritten. Willkommen in Halfridsons Herberge. Wir haben noch zwei freie Schlafkammern. Kein Essen, keine sonstigen Wünsche. Wollt ihr etwas essen oder trinken, müsst ihr in die Taverne. Wollt ihr Frauen, dann geht ins Freudenhaus. Frauenbesuch ist hier verboten. Wer in den Kammern kotzt, dem ziehe ich das Fell über die Ohren. Noch Fragen? leierte Halfridsson ohne eine Miene zu verziehen. Torwald und Marki schüttelten schnell die Köpfe. Ihre Bäuche knurrten so laut um die Wette, dass sie so schnell wie möglich ihre Sachen ablegen und in die Taverne eilen wollten. Ja, wo finde ich denn den Magier? Wollte Quinn wissen. Marki trat ungeduldig von einem Bein aufs andere. Mal hier, mal dort, antwortete Halfridsson gelangweilt. Bevor Quinn eine weitere Frage stellen konnte, zog Torwald ihn in Richtung der Schlafkammern. Quinn war erleichtert zu sehen, dass das eisige Grab weder ungemütlich noch kalt war. Obwohl die Taverne von außen recht unscheinbar wirkte, war er doch schwer beeindruckt von dem weitläufigen Innenraum, der mehr einer Halle als einem Schankraum glich. Die vielen hohen Säulen, die das Eiswüstenmoos gedeckte Holzdach trugen, waren über und über mit Schnitzereien versehen. Trotz der Wärme durch die großen in der Mitte der Halle in den Boden eingelassenen Feuer, lief es Quinn schaurig kalt den Rücken hinab, wenn er daran dachte, dass es die auf den Säulen abgebildeten Seeungeheuer wirklich geben könnte. Sie suchten sich einen der wenigen freien Plätze, an einer der langen massiven Tafeln, über den Wagenräder als Kerzenleuchter hing. Der dumpfe Schein der Flammen wurde von den beschlagenen Schilden, Schwertern und Äxten an den hölzernen Wänden ringsum zurückgeworfen und tauchte den Raum in ein unaufdringliches Licht. Die Luft war erfüllt von dem Gegröle und Rülpsen der unzähligen Eismänner und Frauen, die das Leben mit Glühbier und Eisgeist feierten. Von dem Eismagier fehlte allerdings jegliche Spur. Quinn lief das Wasser im Mund zusammen, als ihm der Geruch der Grillschweine in die Nase stieg, deren Fett zischend in die Feuer tropfte. Eine blonde Frau, die mit ihrem gewaltigen Oberarm wahrscheinlich selbst Torwald im Armdrücken besiegen konnte, brachte ihnen gigantische Humpen Glühbier, wagenradgroße Teller voll Fleisch und einen beträchtlichen Leibbrot. Nachdem der letzte Knochen abgenagt, weder ein Krümel noch ein Tropfen übrig geblieben und Marki betrunken von der Bank gefallen war, hatte Quinn beschlossen, die Suche nach dem Eismagier auf einen anderen Tag zu verlegen und so bald wie möglich ins Bett zu gehen. Während Quinn sich eine Kammer mit Marki teilte, nahm Torwald die zweite mit drei Betten, in der Hoffnung, dass Martin und Orin doch noch zu ihnen stoßen würden. Beruhigt stellte Quinn fest, dass die Kammern dank einer kleinen Feuerstelle wenigstens einigermaßen gut gewärmt wurden. Als versuchte der Himmel, die Stimmung im Dorf zu spiegeln, brach ihr erster Tag in Skordalur mit einem schweren, wolkenverhangenen Morgen an. Fast hätte man meinen können, dass sie über Nacht von Zauberhand in einen anderen Ort gebracht worden wären. Die Bewohner, die erst gestern noch gefeiert, ihre Kräfte gemessen und ausgelassen ihrer Wege gegangen waren, wirkten heute nur noch wie Schatten ihrer selbst. Eine drückende Stille empfing sie auf der Straße zur Taverne. Verwirrt schaute Quinn sich um. Was war nur geschehen? Selbst im eisigen Grab herrschte eine frostige Stimmung. Obwohl die Schenke auch an diesem Morgen gut besucht war, lag auf allem eine bleierne Schwere. Mit einiger Erleichterung entdeckte Quinn den Wächter des Tores, allein an einer der Tafelssitzen. Vielleicht könnte er ihnen ja erklären, was hier los war. Guten Morgen, dürfen wir uns dazu setzen? Ähm, er hob seinen glasigen Blick und nickte müde. Haldosson, mein Name ist Haldosson. Die stämmige Wirtin brachte ihnen kaltes Fleisch vom Vorabend, Brot und Glühbir. Doch Haldosson blieb lieber bei seinem Eisgeist. Während Quinn noch fieberhaft überlegte, wie er den Eismann darauf ansprechen konnte, was mit seinen Gefolgsmännern los war, kam ihm jemand zuvor. Warum seid ihr alle so traurig? Ist irgendetwas geschehen? Gestern ward Markie! Unterbrach sie Quinn. Ihm schienen die Eismänner nun wahrlich nicht ein Volk der großen Gefühle. Er wollte es sich nicht schon zu Beginn mit ihnen verscherzen. Überraschenderweise lachte Haldosson laut auf. Dir entgeht wohl nichts, kleine Trollfrau. Markies Gesicht nahm ein tiefes Rot an. Heute ist ein dunkler Tag für die Menschen in Skordalur. Ein Tag, der uns daran erinnert, dass wir immer noch Gefangene sind. Seefahrer ohne See, weißt du, wie das ist? Markie schüttelte ratlos ihren Kopf. Seefahrer ohne See sind wie Krieger ohne Waffen. Die offene See liegt uns im Blut. Und doch hat von uns allen hier noch nie jemand das Meer gesehen. Betrübt nahm er einen ordentlichen Schluck aus seinem Humpen. Wir sind stärker als jeder Mann und jeder Ork in ganz Gorka. Wir haben gepanzerte Mammuts und magische Rüstungen. Noch nie wurde ein Eismann je aufgehalten. Und doch führen wir seit Jahrhunderten den einen selben Krieg gegen diesen verfluchten Bannzauber. So viele von uns mussten schon sterben. Thorwald, dem die Worte des Wächters gar nicht gefallen wollten, setzte gerade an, um etwas zu erwidern. Da brachte ihn Quinn mit einem Blick zum Schweigen. Ich hoffe, ich bin nicht unhöflich, wenn ich frage. Aber warum mussten so viele von euch sterben? Fragte Quinn ihn vorsichtig. Halderson musterte ihn misstrauisch. Glaubst du wirklich, du kannst uns helfen? Quinn zuckte unter seinem scharfen Ton zusammen. Nun ja, ich... Kannst du... Oder kannst du nicht? Quinn seufzte. Ich habe schon zweimal ein Ungleichgewicht ins Gleichgewicht gebracht, also werde ich es auch dieses Mal schaffen. Selbst ein wenig überrascht über seine eigenen Worte, erträngte Quinn seine aufkommenden Zweifel in Glühbir. Ich hoffe, du hast genug Zeit mitgebracht, kleiner Magier. Halderson nahm nochmal einen kräftigen Schluck, bevor er zu erzählen begann. Vor genau einem Jahr, an einem grässlichen Tag wie diesem, jubelte ganz Gordalur. In den Straßen standen die Alten und die Jungen dicht an dicht, um die Krieger und Kriegerinnen zu verabschieden. Das Eis erzitterte unter dem Gleichschritt der Mammuts. Wie die Narren liefen wir unserer Freiheit entgegen, ohne zu wissen, dass es ein Himmelfahrtskommando war, das uns erwartete. Er schluckte schwer. Das Horn des ewigen Eises wurde geblasen. Die Mammuts begannen, ungeduldig mit den Füßen zu scharren. Risse zogen sich durch die oberste Schicht des Eises. Das Horn ertönte zum zweiten Mal. Die ersten Reihen, denen die Ehre zuteil wurde, den Angriff anzuführen, stürmten los. Mit voller Kraft gegen den Bann. Mit voller Kraft in die Freiheit. Alle hielten wir den Atem an, die wir das Pech hatten, die Nachhut zu bilden. Ich sah ihre Rüstungen aufblitzen. Wollte meinen Augen nicht trauen. Hatten sie es wirklich geschafft? Wieder nahm er einen Schluck. Schwarze Asche war alles, was von ihnen übrig geblieben ist. Schwarze Asche, die auf unsere Köpfe gerieselt ist. Für einen kurzen Augenblick hatten wir geglaubt, unserem Schicksal entkommen zu können. Einen einzigen Atemzug lang hat es gebraucht, um unser halbes Heer auszulöschen, keuchte Haldosson, nachdem der Eisgeist allmählich die Zunge schwer machte. Es tut mir... Haldosson bingte Quins Beileidsbekundungen ab. Hör mir auf. Der Tod ist allemal besser als diese ganze Scheiße hier. Ich wünschte nur, ich hätte nicht zu Nachhut gehört. In einem Zug leerte er seinen Krug, den die Wirtin umgehend wieder füllte. Selbst Torwaldweckte betreten. Wie... Wie seid ihr überhaupt in der Eiswüste gelandet? fragte Quinn. Das, Kleiner, können uns nur noch die Legenden erzählen. Eine ganze Flotte an Schiffen soll damals losgezogen sein, um einen Orden von Eismagiern sicher in das Eismeer zu bringen. Sie wollten im Namen der Obrigkeit die Magie des Eismeeres erkunden und die Eismenschen sollten sicherstellen, dass sie nicht zwischen den Linien der Eisstürme oder in die Fänge von berüchtigten Seeräuberbanden gerieten, dass sie nicht von Nordhain gefressen oder von Riesenkraken in die Tiefen eines der gefährlichsten Wässer überhaupt gezogen werden konnten. Ihr Lohn sollte das Wissen um die Schmiedekunst magischer Rüstungen und Waffen sein, die das Volk der Eismenschen unbezwingbar machen würde. An einem Tag, an dem der Himmel so klar und das Meer so ruhig gewesen sein soll, wie man es hier nur selten erlebt, lagen die Schiffe in der Nordbucht Gorkas. Die Magier gingen ihren Forschungen nach, was auch immer es ist, was diese Kuttenträger so treiben. Und die Eismenschen taten, was sie am besten können. Sie genossen das Leben. Die Lieder besagen, dass der gesamte Himmel sich schlagartig verdunkelte und die Sonne von einem rot leuchtenden Mond verdrängt wurde. Dunkle Schatten, vom Mond gelöst, verfärbten das Wasser schwarz und Wellen so hoch wie Berge brachen über den Schiffen zusammen, rissen sie in zwei oder warfen sie wie kleine Fischerboote umher. Die Magier versuchten, dem wilden Meer mit Magieeinhalt zu gebieten, doch selbst sie waren machtlos. Ein Schlund öffnete sich inmitten der Bucht und sog die Schiffe hinab. Über die Schreie der Menschen hinweg breitete sich ein ohrenbetäubendes Tosen aus, bevor eine unsichtbare Hand die Bucht und alles, was ums Überleben kämpfte, mit eisigster Kälte berührte. Atem stach in den Nasen, Augen brannten vor Kälte und Leben gefrort zu Eis. Die Schreie der Kämpfenden wich der Stille der Toten. Wer den Eishoch der Ghetto überlebt hatte und nicht im ewigen Eis gefangen worden war, versuchte über das Eis zu fliehen. Doch am Rande der Bucht wartete derselbe schwarze Tod auf sie, wie ich ihn vor einem Jahr selbst mit ansehen musste. Alles, was unseren Vorfahren blieb, war sich mit dem Wenigen, was sie aus dem Eis hatten retten können, ein neues Leben aufzubauen. Skordalur wurde zu ihrer Zuflucht und zu ihrem Gefängnis, das sie von Vater zu Sohn und von Mutter zu Tochter an uns weitergegeben haben, das wir an unsere Nachkommen weitergeben würden. Wenn nicht... Alderson stockte. Wenn nicht, was? Quinn sah ihn aufmerksam an, doch der Wächter schüttelte nur den Kopf. Alderson, was stimmt hier nicht? Das Dorf, flüsterte er, es wird nicht mehr lange bestehen. Unter dem Kessel tobt ein riesiger Eissturm, der uns alle vernichten wird. Was glaubst du, warum wir trotz besseren Wissens letztes Jahr versucht haben, durch diesen von den Göttern verfluchten Bannzauber zu kommen? Erschrocken sahen sie ihn an. Maki japste nach Luft. Warum flieht ihr nicht einfach? Das ist doch verrückt, hier zu bleiben. Wenn ihr wisst, dass ihr alle sterben werdet, fuhr ihn Thorwald verständnislos an. Wir sollen fliehen? Niemals! Davor sterben wir hier. Wir sind noch nie vor irgendwem oder irgendetwas geflohen. Thorwalds Blick nach zu urteilen, schien selbst ihm das zu viel des Heldenmutes zu sein. Aber woher wisst ihr überhaupt von dem Eissturm? Wollte Quinn wissen. Wir, wir... Genug! Eine Stimme wie geschliffener Stahl ließ Quinn das Blut in den Adern gefrieren. Um sie herum wurde es so kalt, dass er seinen Atem sehen konnte. Selbst die Flammen der Kerzen waren eingefroren. Ein Mann in gräulich-blauer Robe, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, der lange graue Bart bis zum Bauch und die blauen Augen eisig stechend, war zu ihnen getreten. Der Eismagier. Quinn saß wie angewurzelt da. Das wenige Gemurmel, das in der Taverne geherrscht hatte, war verstummt. Alle Blicke waren auf sie gerichtet. Alderson setzte an, um etwas zu sagen, doch der Eismagier schnippte mit den Fingern. Die Lippen des Wächters waren mit einem Mal eisig-blau. Er konnte sie nicht länger bewegen. Du hast genug gesagt, donnerte der Magier. Und ihr? Er funkelte sie bedrohlich an. Ihr verschwindet besser. Ihr habt hier nichts verloren. Skordalur ist nicht irgendein Ort für Abenteurer. Also seht zu, dass ihr hier wegkommt. Ohne eine Antwort abzuwarten, drehte er sich um und schritt in Richtung Ausgang. Niemand traute sich, etwas zu sagen. Ich möchte von dir lernen. Quinn war von der Bank aufgesprungen. Langsam drehte sich der Eismagier zu ihm um. Du? Ein hämisches Grinsen breitete sich in seinem Gesicht aus. Warum sollte ich meine Zeit mit einem wie dir verschwenden? Da ist ja der mickrige Troll noch besser geeignet als du. Marki riss entsetzt die Augen auf. Quinn schoss die Röte ins Gesicht. Noch nie hatte ihn jemand so beleidigt wie diese aufgeblasene Wichtigtur. Wut entbrannt stieß Quinn Torvalds Hand zurück, der ihn zu beruhigen versuchte. Ich bin ein Magier der ersten drei Kreise. Ich verdiene etwas mehr Respekt. Quinn beschwor einen Feuerball, um dem Eismagier zu zeigen, mit wem er hier sprach. Doch dieser brach in Schallen das Gelächter aus. Ohoho, das ist also die Macht eines Magiers der ersten drei Kreise, spuckte er ihm spöttisch entgegen. Werde erwachsen, Jungchen. Magie ist nichts für Kinder. Mit einem letzten vernichtenden Blick ließ er Quints Feuerball als winzige Schneeflocken zu Boden rieseln, bevor er erhobenen Hauptes die Taverne verließ. Quinn kochte vor Wut. Am liebsten hätte er die Schenke in Schutt und Asche gelegt, um das verdammte Grinsen aus den Gesichtern der Eismenschen wegzubrennen. Lass uns gehen. Torvald hat ihn am Arm gepackt. Er leistete keinen Widerstand. Wozu auch? Magie huschte ihn mit eingezogenem Kopf hinterher.